Erzieher. Erzieher ist jemand, der andere erzieht. Erzieher ist insbesondere die Bezeichnung für Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Als Erzieher und Erzieherinnen bezeichnet man zum Beispiel diejenigen, die im Kindergarten sich um die Kinder kümmern. Aber auch die Eltern sind Erzieher, mindestens sind sie Erziehungsberechtigte. Und auch Lehrer haben etwas damit zu tun bei der Erziehung der Kinder. Erzieher klingt erstmal etwas vehement, jemand erzieht den anderen, aber Kinder entfalten sich von selbst. Erzieher haben schon Aufgaben und Erzieher haben bestimmte Funktionen, aber sie sollten die Kinder sich entfalten lassen. So ähnlich wie ein guter Gärtner lässt die Pflanzen gut wachsen. Und so sollten Erzieher neugierig sein, was in den Kindern angelegt ist. Und sie sollten helfen, dass das, was in den Kindern angelegt ist, sich gut entfalten kann, dass Kinder erblühen können, ihre Fähigkeiten entwickeln können, aber auch in Mitgefühl, Rücksichtsnahme und auch Höflichkeit einen guten Start ins Leben bekommen. Was ist die Erzieher?